hallo und herzlich willkommen bei red dog gamble ich bin heute mal wieder auf die jagen nach dem ticket und heute habe ich das spiel dragon storm fantasy ich habe gerade schon runtergeladen das spiel ist ab 18 jahren da bin ich mal gespannt und also das spiel ist ab 18 jahren und den grad war es 260 megabyte groß aber ich habe jetzt leder gerade noch was runter na ja mal schauen ich habe es noch nicht gespielt machen wir es wird aber aber ab 18 jahren ist das so brutal das spiel werde ich ja sehen das werde ich ja gleich sehen ach ja ich esse gerade den kuchen das schmeckt richtig lecker von meiner frau aber es ist 3 uhr 15 bisschen früh für kuchen aber das ist richtig lecker deswegen werde ich den gleich aufessen also hier werden noch mal 10 megabyte runtergeladen und 9,6 megabyte jetzt bin ich gespannt ich denke das ist eher so ein spiel da brauchst du wieder eine stadt auf und ringsherum sind dann so städte die dich angreifen können oder andere spieler aber warum ist er dann erst ab 18 jahren ich bin sowas von gespannt ich denke die ganze zeit nach warum oh ich kenne die melodie ich glaube das ist das ist ein zensierter song habe schon bei ganz vielen spielen eine verwarnung gekriegt weil ich zensierte songs genommen habe und nicht eingetragen habe wie der song heißt aber ich habe mir gedacht das ist sowieso egal weil ich kriege sowieso kein geld davon und ich bin und das gelb Licht grün das war das stärkste glaube ich ich bin hier um zu erinnern und ich bin immer auf Zeit oh, das war nicht so gut das war nicht so gut Es ist doch nicht das mit den Städten Bauen. Drachen des Frostes. An enemy approaches, prepare for a fight. Use range skills to quickly destroy your enemies. A dangerous foe waits just ahead. Oh. Press. Name. Till. Hit him with everything you've got. Keep attacking. Don't give him a chance to catch his breath. Great job at being such a powerful enemy. Stay vigilant, however. A mighty demon of shadow and flame approaches. The inferno shall consume you. Balrog's strength has no weakness. Quickly, use your new skill to weaken him. This isn't good. The demon is too strong. Quickly, free me from my crystal bond and I will pledge you the power of the Divine Dragon of Rock. Inherent my strength and that of my brethren to unite all Divine Dragon as one great power. Rise as our champion and bring light back to this world. Rise as our champion. Rise as our champion. Rise as our champion. This is the power of the King. ... ... ... ... ... ... ... ... Soh da, Sir. Use the power of the Dragon Souls to bring back the light. Congratulations on unlocking new features. Now let's go try them. You found the first Dragon Crystal. Quickly. Let me ask the crystal. Yoo-hoo. Equip this new weapon. You must keep printing for the Dragon Crystals. Demons that want the Divine Dragon Crystal have surrounded the temple of Divine Dragons. That's right! Oh! It's prophetic. Your time to shop! The air grows tense as dark magic flows and gathers together. Hm. Hm. Are you the chosen hero? Such a good timing! That goddamn worm is rampant! Use the Dragon Crystal to dispell... The Dragon Crystal is the fruit of the Dragon Soul power. I hope you can use the strength carefully. So. Und das war's dann für heute. Also ist das Spiel so ähnlich wie... 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 Ich hab's vergessen. Egal. Gut. Digit abholen. Dann Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao! Ciao!